Es ist mir und vielen so wichtig, vielen Frauen so wichtig, weil es nicht nur ein Menschenrecht ist, das ist schon ein ganz zentraler Satz, sondern weil wir etwas verändern wollen. Es geht wirklich um die Zukunft. Wir erinnern uns, um die Zukunft besser zu gestalten, menschlich, den Planeten erhalten, umweltverträglich und der jungen Generation sagen, wir sind nicht ohnmächtig, wir haben Kraft und Energie genug, so wie es Frauen-Generationen vor uns getan haben, die Welt auch ein Stück besser zu machen. Wir können das, was ich eben gesagt habe, nur erreichen, wenn Frauen in der Weise teilhaben, Marie Jürgens es wollte, in der Mitte der Gesellschaft sein, nicht eine Minderheit, die geduldet wird, sondern eins zu eins, Frau, Frau, Mann, unser Bestes geben und doch noch das Erhaltende, das Bewahrende und das Mächtige, was in uns Frauen steckt, als Potenzial und Handlungsmöglichkeit, als Handlungsnotwendigkeit in uns spüren und sorgen.